Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pallia. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einiges gemacht. Ich habe übrigens unterwegs noch zwei Dinge gefunden, als ich Richtung, ja Ausgang sozusagen, also zum anderen Bereich gelaufen bin. Ne, Feuerwurzle hat man glaube ich am Strand gefunden. Da habe ich hier diesen Leuchtpilz noch gefunden. Also wer den braucht, den kann man auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Glück auf der anderen Seite finden. Ah, und dann habe ich noch so, ich sag mal so wie hier vorne, die so ein bisschen aussehen wie Kupfer, aber mit Schwarz dran gefunden. Ich denke mal, dass das Kohle sein wird. Leider konnte ich die jetzt nicht abbauen, dafür bräuchte ich, aber ich könnte das hier mal eben nebenbei abbauen. Dafür bräuchte ich nämlich bessere, also verbesserte Werkzeuge, sprich von der Steinaxt. Steinaxt, guck mal eben, naja, ich stehe kurz vor Level 3. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ihr Lieben, ich bin dann mittendrin abgebrochen worden gerade, mitten beim Reden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich in dem Moment gesagt habe. Und dann kam ein, irgendwas mit Encounterfehler oder sowas. Ich kann euch das mal kurz hier, während ich rede, oben in der Ecke einblenden. Der kam dann plötzlich rein von der Unreal Engine, war es, glaube ich. Also, ihr seht jetzt das Bild, ich sehe es jetzt aktuell nicht. Deswegen kann ich es jetzt nicht mehr so hundertprozentig sagen. Ich würde sagen, das Update, was sie heute gemacht haben, hat voll reingehauen. Wenn auch leider nicht im positiven Sinne, ganz offensichtlich. Ja, okay. Ich würde sagen, Moment, dass wir, achso, nee, da wollte ich den nicht reintun, ich wollte den hier oben reintun. Entschuldigung. Nee, das sind, achso, das ist einer mit Sternchen. Äh, okay, der bringt mir mehr Gold. Ja, dann tue ich den doch mal da rein, wenn der mir mehr Gold bringt. Dann müssen wir jetzt natürlich mal gucken, was wir jetzt eigentlich brauchen. Dann kommt natürlich auch noch die Sache dazu, dass wir jetzt nicht genau wissen. Süßblatt, das habe ich nämlich wieder von dem anderen da erhalten, ne? Hm, geschlossene Auster. Ich weiß halt nicht, was davon ich in der Quest eventuell mal brauchen kann. Äh, die kann ich auf jeden Fall alle da reinschmeißen, weil die kann ich ja so sammeln. Die Muscheln, ja, könnte ich theoretisch auch. Kann ich eine da rüberziehen? Nee, dann zieht der alle rüber, ne? Aber ich kann es so machen. Dass wir vielleicht fünf reintun und dreimal behalten, weil ich weiß nicht, äh, falls mal irgendeiner tatsächlich Muscheln braucht für irgendeine Quest oder sowas. Man weiß es nicht, ne? Ähm, Silbererz ist auch immer so eine Sache. Das habe ich ja jetzt auch erst mal aufbewahrt, weil ich denke, dass wir das vielleicht noch veredeln können später. Na gut, Steine muss ich sowieso behalten. Kupfer ist auch klar. Also das scheint ja auch alles noch angenommen zu haben. Ich weiß nicht, warum er mich jetzt in mein Haus reingesetzt hat. Ich weiß auch nicht, ob der das immer so macht, weil normalerweise logge ich mich ja eh im Haus aus. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, ob der einen dann immer ans Haus zurücksetzt oder nicht. Äh, ich habe auch nicht mehr so viele von diesen Rauchbomben, ne? Die müsste ich auch mal nachmachen. Ähm, die Korallen scheinen eher seltener zu sein. Wobei ich oben natürlich auch schon welche habe. Also tu mir die erst mal mit da rein. Ähm, hier habe ich denn... Ich bin gerade am gucken. Da oben ist noch... Er hat es jetzt aber dazu getan, ne? Ich wollte gerade sagen, habe ich denn da überhaupt noch Platz für? Das hat er mit da reingetan. Krebs bin ich mir jetzt nicht sicher. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich meine gut, Krebs... Ähm, ich schaue mal eben kurz in den... In den Bildern nach. Ich muss das dann offline auch mal machen, dass ich mir tatsächlich mal alles aufschreibe. Ach nee, das war der Vampirkrebs, den wir brauchen. Und eine Streifenhausschnecke. Nicht irgendeine beliebige Schnecke, weil das ist eine Gartenschnecke. Die Gartenschnecke. Die brauchen wir tatsächlich nicht. Na super. Wo kriege ich die denn nicht her? Also... Hm. Dann machen wir einfach mal die ganzen Tiere mit da rein. Komm, wenn wir die sowieso nicht brauchen. Lampionwürmchen. Ich meine, das stand auch nicht drauf. Ich gucke jetzt noch mal eben kurz nach. Äh... Ne, das war dieses Rochen der Leere, was so ähnlich aussah. Ne, Lampionwürmchen ist auch nicht drin. Haben wir das quasi alles umsonst geholt? Ist ja eigentlich eine Sauerei, ne? Ja, ganz umsonst natürlich nicht, weil... Du hast immer eine Errungenschaft, bekommt man. Wenn man was Neues wieder fängt. Also das ist schon okay. Hier diese Muscheln hier, die habe ich noch gar nicht hier oben drin, so wie es aussieht. Dann tun wir die auch mal da rein. Ähm... Ich würde sagen... Süßblatt. Ja. Machen wir mal die Neuen, würde ich sagen, weg. Feuerwurzel habe ich meines Wissens nach noch gar nicht. Oder anscheinend doch? Ne, ist einfach nur hier oben drin. Ist wahrscheinlich alphabetisch sortiert. So, und damit würde ich mir eigentlich gerne nur... Ach du Schande. Der hat mir hier meine ganze Erfahrung weggenommen. War das im Laufe des Spiels oder war das jetzt durch den Crash? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Fast 400 Gold bekommen wir dann dazu. Das ist gut. Und dann schauen wir hier nochmal. Ähm... Ach, wir können jetzt auch Austern grillen. Da brauchen wir allerdings drei Stück für. Gegrillter Fisch. Ist die Frage. Ist das egal, welcher Fisch das ist? Gegrilltes Fleisch. Ah, das zieht der sich anscheinend bei mir aus der Kiste raus. Ja, dann würde ich sagen. Machen wir das doch mal kurz. Na gut, Fische habe ich natürlich nicht drin. Den Rest habe ich alles drin zum Verkaufen. Deswegen ist das jetzt nicht so... Ach, wir haben auch noch eine Kiste bekommen. Die können wir auch mal eben kurz hier reinstellen. Auf der 5. Ah, ist zwar blöd, wenn das jetzt so direkt davor steht, aber... Theoretischerweise könnte man es ja noch öffnen. Das ist... Wir sind Kistensammler, ne? Einige Leute sammeln Dosen, andere Leute sammeln was weiß ich, Sticker oder so. Wir sind Kistensammler. Wir sammeln Kisten aus der ganzen Welt. So, einmal gegrilltes Fleisch. Aber dann hätte ich doch eigentlich noch Pil... Achso, steht ja auch, kann hergestellt werden. Ja. Okay. Ich sage da mal nichts zu. Ach ja. Ach ja. So, warten wir jetzt noch ein paar Sekunden. Dann bin ich am überlegen. Ich wollte eigentlich noch mal was herstellen. Ich muss mal gucken, ob das klappt. Hat jetzt nur einen gegrillten Pilz gemacht. Ich finde das doof, dass man hier nicht direkt reinschreiben kann, wie viele. Oder... Ach, wähle einen Gegenstand. Oh. Okay. Deswegen kann er auch mehr machen. Verstehe ich jetzt. Aber er hat die roten Pilze drin. Das ist auf jeden Fall gut. Ich will auch keine andere dafür benutzen. Das können wir mal eben hier laufen lassen. So, wir haben ja festgestellt, wenn wir etwas herstellen, dass der dann auch andere Sachen gibt. Und ich will endlich mal ein Bett haben. Und ich hoffe, inständig... Achso, gewöhnliche Axt, die müssen wir ja auch noch... Äh, wir brauchen fünf Kupferbarren. Moment, da schreibe ich mal auf. Fünf mal Kupferbarren. Wir können unser Kupfer aber nicht bei uns in die Schmelze reinmachen, nehme ich an, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Wir müssten das mal ausprobieren. Nur wir hatten die natürlich komplett voll mit anderen Sachen. Achso, wir haben jetzt gar keinen... Moment. Ach, der zeigt die Steine an. Das heißt dann aber mit anderen Worten, Kupfer können wir hier wohl nicht reinwerfen. Schade. Da brauchen wir dann eine Verbesserung für, nehme ich mal an. Ah, was haben wir denn noch? Moment. Basischmelzofen. Ach, gucke mal. Dafür brauchen wir das Fell. Gut, dass ich das nicht verkauft habe. Weil es ist eigentlich ganz gut, wenn wir da mal wieder irgendwelche Steine brauchen oder irgendwas, wenn wir das in zwei Öfen machen können. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir die doch mal eben her. So, und dann. Mit Steuerung war das, ne? Move ist mit links. Stell dich mal eben nach hier. So. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, hier auf der Höhe steht das. Äh, Moment. So, so ist das richtig. So, und wenn ich das jetzt rüber tue, dann, äh, hat er das garantiert wieder verschieben. Ja, natürlich. Ich muss eins zurück. Moment. Jetzt hat er das wieder. Leute, ich bin pingelig in solchen Sachen. Mann. Ihr könnt das nicht einfach immer zurückpacken. Mensch. Jetzt ist es wieder. Ey. Ich lasse es jetzt da stehen. Wo es steht. Ich glaube, es ist aber einigermaßen okay so. So, dann die Truhe mal eben daneben. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Schmelzöfen. Ähm. Ach so. Oh. Ich wollte ja nichts bewegen. Ich wollte was craften. Tut mir leid. So. Dann, äh, einfach so. Das ist klar. Das haben wir ja auch alles schon gemacht. Die Rauchbombe. Ach nein. Ja gut. Die könnten wir jetzt theoretisch wieder zurückholen. Aber wo kriege ich Lehm her? Ach. Memo an mich. Die Blumen nicht alle verkaufen. Ich meine, die lasse ich jetzt mal. Weil, die kriegen wir ja immer mal wieder. Aber wo kriege ich Lehm her? Also zum Kaufen, klar. Aber sonst wüsste ich jetzt gerade nicht. Blockhüttenhocker. Den können wir doch mal herstellen. So. Jetzt können wir endlich was anderes herstellen. Bist du eine Couch? Könnte sein, ne? Nimm mal das. Sideboard. Ich schlag nur ganz knapp daneben. Okay. Ähm. Sideboard. Können wir auch herstellen? Ist nur aus Holz. Perfekt. Dann machen wir das doch auch mal eben. Oh Leute. Ganz ehrlich. Ich will endlich ein Bett machen können. Das sieht aus wie ein Tipi irgendwie. Das könnte auch ein großes Lagerfeuer sein. Aber, naja, das ist zum Kochen oder so. Ne. Das sieht eher aus wie Regale. Das hier sieht aus wie ein Hochstuhl für Kinder. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das wird das Interessante zu sein. So eine Faltwand. Können wir die herstellen? Brauchen wir da nur... Ne. Wir brauchen was mehr als Holz. Aber wir haben alles. Gut, dass ich die Sachen nicht einfach so weggetan habe. Sehr schön. Das ist... Das dürfte jetzt... Na gut, ob es ein Couch ist, weiß ich nicht. Aber was zum Sitzen auf jeden Fall. Ach, ich will doch nur ein Bett haben. Blockhaus. Große Bar? Wie Bar? Moment. Äh, Bank. Ach so. Ich dachte gerade schon... Die ist aber für draußen, ne? Das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Ähm... Das ist eine schöne Deko. Wobei so ein Hocker natürlich auch nicht schlecht wäre. Ich würde sagen, wir machen mal den Hocker. Ist ein Nachttisch und kein Hocker. Ja gut, okay. Man kann sich ja mal irren. Aber mir bringt der tollste Nachttisch auch nichts, wenn ich immer noch kein Bett habe, Leute. Ich glaube, das sind die Fackeln, die man an die Wand hängt, oder? Die bräuchte ich eigentlich mal. Wandfackel, ja. Ich habe gerade was anderes gelesen, aber... Ja, das ist doch so komisch abgeschnitten. Das tut mir leid. Äh, ich würde davon gerne direkt zwei herstellen. Aber das kann man ja wieder nicht auf einmal. Das ist... Ich finde das doof. Ich finde das besser, wenn man wirklich klicken könnte. Okay, ich will direkt zwei haben. Oh, die sehen auch nicht schlecht aus, die Laternen. Aber das könnte vielleicht ein Couchtisch oder sowas sein. Ich nehme den erstmal. Ja, ein Couchtisch. Sehr schön. Den können wir auch herstellen. Ein Bett! Ein Bett! Endlich! Sie kann sich ausruhen, nach einem harten, schweren Tag, vorausgesetzt, dass ich irgendwo, äh, Chapar-Pelze herkriege. Okay, ich glaube, wir müssen die kleinen Viecher dann doch mal jagen. Aber ich kann es zumindest endlich mal herstellen. Oh, sehr, sehr geil. Ähm. Sonst hatten wir jetzt nichts, ne? Dass wir da... Obwohl... Ach so! Äh, was brauchen wir für einen Zaun? Nur das Holz? Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch. Das sollte nämlich eine neue geben, ne? Ja, perfekt. Was ist das denn hier? Ist das... Ich habe große Befürchtungen. Ist das hier dieser Rucksack von dem einen Typen? Wobei so ein... Ja, ähm... Falls es einer ist, wäre der Rucksack besser? Oder was zum Sitzen? Was zum Sitzen ist natürlich stimmiger, ne? Ah, ich nehme das erstmal. Deko können wir ja auch später noch machen. Blockhaussessel. So. Den können wir auch noch nicht herstellen. Da brauchen wir auch wieder... Wir brauchen ganz schön viel hiervon, ne? Also das... Den Pelz wirklich brauchen wir. Ich weiß, ich habe heute wieder ein tolles Deutsch drauf. Aber wie gesagt, ich habe wenig geschlafen. Ähm... Da brauchen wir auch schon wieder eine Blume für. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Gut, dass ich den Lotus nicht verkauft habe. Doppeltür habe ich bisher noch keine hergestellt. Machen wir doch mal eine. Ähm... Also das könnte ein Regal sein. Fände ich auch nicht schlecht. Aber da wir keine Bücher oder so haben, gucke ich mal. Kleine Bank oder was soll das sein? Kleine Bank, ja. Die können wir dann wiederum auch herstellen. Wir machen heute eine Housing-Folge. Ich merke das schon. Was das jetzt für ein Zaun ist, weiß ich nicht genau. Aber das sieht sehr nach einem Hingeschrank aus. Können wir den machen? Brauchen wir nur Holz dafür? Danach müssen wir wahrscheinlich wieder grinden gehen. Ah ja, ein bisschen Feuerstein brauchen wir noch. Aber ist okay. Wahrscheinlich für die Scharniere. So. Nehmen wir das oder das? Ähm... Ich weiß nicht. Ich finde beides nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich nehme erst mal das hier. Der sieht auch ganz gut aus eigentlich. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas Besonderes für, oder? Ne. Steine rollt. Also kann man... Ich mache mal einen. Mal gucken, wie der aussieht. Können wir uns gleich mal hinstellen. Ah, sehr schön. Dann kümmern wir uns jetzt nämlich diesen Rucksack, oder was das ist. Blockhauspflanze? Sind Sie beim Angeln manchmal frustriert? Verwandeln Sie Ihre Angeltasche in ein... Ach so! Pflanzgefäß. Ach, das war eine Pflanze. Wenn die ersten Blätter sprießen, werden Sie sich endlich für Freude auf dem Boden wälzen. Naja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Okay, dafür brauchen wir dann auch wieder... Anfrage nach Gegenstand ist noch offen. Echt? Hä? Dann habe ich die Anfrage gemacht vor zwei Tagen oder so, ne? Aber wir haben auf jeden Fall schon so einiges, was wir gemacht haben und auch, was wir noch machen können. Was brauchen wir dafür? Okay, viel Holz haben wir nicht mal. Wir nutzen quasi das letzte Holz mal für eine Fackel. Oh, das sieht gut aus. Sagt mir bitte, das ist für Pflanzen. Es ist ein Bücherregal. Aber es ist nah dran. Dann... Da brauchen wir Holz und schon wieder... Wir brauchen für alles diese Felle von den... Ne, das ist jetzt vom Zernuk. Okay, also ich muss mir das mal aufschreiben. Zernuk-Fell und wie hießen die anderen? Chapa... Chapa... Keine Ahnung. Äh... Ja, Chapa. So. Chapa... Pelz. Muss ich unbedingt mal dran denken, dass ich das offline mal mache. Dass ich mir da mal wirklich etliche erjage. Also nicht wundern, wenn ich dann auf einmal welche habe. Das mache ich dann offline. Weil es bringt ja nichts, wenn man sich jetzt hier stundenlang anguckt, wie ich daneben schieße. So, jetzt haben wir hier 20.000 Sachen gefüllt drin. Gehen wir mal rein. Hm. Den Raumteiler. Der ist so schön. Den stelle ich hier mal mitten an die Wand. So, wir müssen die Sachen ja irgendwo hinstellen. Hatten wir jetzt einen Tisch eigentlich gemacht? Das ist, glaube ich, der Couch-Tisch hier, oder? Meine ich. Dann mache ich das mal so. Einfach in den Raum rein. Was soll's. Hm. Nur die Couch selber, die haben wir nicht gemacht. Oder sollte das jetzt eine Couch sein? Nee, das ist eine Bank für draußen eigentlich, oder? Oh, zack. Und dann haben wir noch eine Kommode. Die könnten wir, ja genau, die könnten wir einfach so hier vorstellen. Muss ich eh alles nochmal ändern, wenn ich das Haus dann vergrößere. Aber ich will die Sachen jetzt erstmal nur hier hingestellt haben. So, dann ein Höckerchen. Das können wir hier hinstellen. Da kann man Klamotten drauflegen oder so. Dann das Teil fürs Bett. Das stellen wir erstmal hier vorne in die Ecke. Man nannte es auch Nachttisch. Ja, ich weiß. So, das ist Deko. Das tun wir alles nach vorne. Äh, nach draußen. Wir könnten aber einmal, vielleicht hier, ein bisschen Feuer reinmachen. Dann haben wir wahrscheinlich für die Küche oder so hier so einen kleinen Hängeschrank. Und wir haben noch einen Tisch, ne? Obwohl das eher so, eher so zum Sitzen sieht das eher aus. Ähm, ja. Dann haben wir, würde ich sagen, alles, was wir drinnen reinmachen könnten. Aber die sehen schon nicht schlecht aus, so die Sachen. Ich meine, klar, ist natürlich alles so aus Holz gemacht. Sieht jetzt auch nicht so super perfekt aus oder so. Aber das ist schon ganz cool. Ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt rausgehe, dann lauert mir hier wieder der Nächste auf. Nach dem Motto, du hast aber toll eingerichtet. Ich zeige dir mal neue Möbel oder sowas in der Art. So, Moment. Eine Fackel stelle ich mal hier hin, damit das Haus schön abfackelt. So, und dann, damit der auch mit abfackelt, obwohl den könnten wir auch hier vorne hinstellen. Sieht der vielleicht auch nicht schlecht aus. So, als, als Hallo und Willkommen. Aber der sieht echt nicht schlecht aus, ne? Sieht ein bisschen komisch aus natürlich, nur mit den Augen. Aber der sieht echt nicht schlecht aus. Der sieht schon ganz klasse aus. Die Zäune. Ja, die sollte ich dann vielleicht mal kurz hier hinstellen. Ich glaube, das wäre jetzt einfacher, als wenn ich da jetzt anfange... Kann ich nur so wenig machen? Moment. So. Dann machen wir das Tor. Machen wir dann einfach noch daneben. Ah, sehr schön. Ich habe verkauft. Zack. Die Kirchenglocken. Bitte alle zur Kapelle. So. Das mit den Quests weiß ich immer noch nicht. Rauchbomben kann ich nicht machen, ohne... Ach so. Ja. Da wollte ich nochmal kurz gucken. Das wollte ich mir nämlich aufschreiben. Rauchbomben, Rauchbomben. Die dürften jetzt ganz unten sein, oder? Da. Was brauchen wir dafür? Nur die Standardsachen. Wobei, sollten wir vielleicht schon mal welche herstellen, weil wenn ich dann jagen gehen muss, das... Das könnte doch problematisch werden. Okay. Die gewöhnliche Axt, da haben wir jetzt quasi gar nichts mehr für. Doch. Ach so, genau. Da fehlt uns nur noch das Kupfer. Genau. Kupferbachen. Das ist das hier unten. Schreibe ich mal auf für die Axt, damit ich weiß, dass das wichtig ist. Und für die Rauchbomben, siehst du, das war Lehm, das andere. Genau. Lehm und diese Blume. Ich bin mir vielleicht nicht immer hundertprozentig sicher, ob ich dann die richtige Blume flicke. Da muss ich dann halt mal drauf achten. Aber weiß ich wenigstens schon mal, was ich brauche. Und schon haben wir hier wieder... Moment, das Gold haben wir jetzt so bekommen, ne? Das war richtig. Ja, genau. Das Gold haben wir so bekommen. Tisch. Ah. Sei gegrüßt. Äh, you'll be able to make a glass. Oh. Bei ihr? Moment, Moment. Äh. If you stop by my shop. Oh Gott, wir müssen mal ganz schnell zu Tisch. Tisch, glaube ich, heißt sie. Gehen. Oh. Jetzt habe ich nur ein Problem. Abgesehen davon, dass wir schon wieder sieben Uhr abends haben. Habe ich nur ein Problem. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich jetzt... Aber, ne, das war für 5000, glaube ich, die nächste Tasche. Ne, nicht für 1000. Ne, das können wir sowieso nicht machen. War das das letzte hier? Ne, das war die Bibliothek. Dann war es das vorletzte Haus. Aber da ist sie nicht. Moment. Wo ist sie denn jetzt? Sie ist im Ersten. Ne. Hä? Wo ist sie denn jetzt? Doch, sie ist bei dem Schneider. Da ist sie. Tisch, red mit mir. Ich habe gehört, deine Fähigkeiten im Möbelbau sind einfach... Wow. Aber man lernt halt... Was? Aber man lernt hat aus... Ja, guten Morgen. Ich habe hier ein paar neue Anleitungen, die du mal abkaufen kannst. Bitte nicht so teuer. Die sind wirklich nicht so teuer. Oh Gott. Und ich habe gerade 1000 dabei. Oh. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn das hier? Verarbeitet... Verschiedene Fasern zu nützlichen Stoffen. Ja, immer her damit. Komm her. Tisch, du wirst meine Lieblingsverkäuferin. Ist das geil. Und Glasofen. Können Sie Glasstücke wie Glaskolben und Scheiben für die Verwendung in der Tischlerei kaufen? Kaufen. Medium-Bett. Ja, das wird für später sicher nicht schlecht sein. Was brauche ich da für Pflanzenfaserstoff? Ach so, dafür brauche ich Stoff. Eigentlich würde ich sagen, die Sachen sollte man erst später holen. Ich habe jetzt alles so schön gebaut. Gut, ich muss dazu sagen, ihr solltet natürlich auch alles einmal durchbauen, weil ihr dadurch natürlich neue Rezepte lernt. Und wie man sieht, ich denke mal, ich habe dann eine Stufe gelevelt oder so, wie man sieht, kann man dann dadurch, oh, so vampirmäßig, kann man dann dadurch bei ihr auch wieder neue Sachen kaufen zum Herstellen. Guck mich nicht so an, ich bin hier gerade echt, oh Gott. Ziemlich guter Deal, hm? Du wirst für deine harte Arbeit belohnt und ich habe jemanden zum Fachsimpeln. Ich helfe Jail bei seinen neuesten Kreationen. Ich mag es schon im Voraus, eine Vorstellung davon zu haben, was nächste Saison erscheint. Ah, ist das geil. Warte mal, was macht er denn eigentlich hier? Hallo, du. Was brauchst du denn? Er ist ein großer Fan von gegrilltem Fisch. Ja, ich muss ja sowieso angeln, da kann ich ja auch nochmal. Ähm, Moment, hatte ich hier nicht irgendwo... Hatte ich nicht eine Liste gemacht, wo ich eigentlich aufgeschrieben hatte, wer was wollte? Ich habe die Liste schon wieder verloren. Ja, so sieht es dann bei mir aus. Ich mache immer irgendwelche Zettelchen und Listen und weiß es dann am Ende nicht mehr. Ich hoffe, ich kann mir das noch merken mit dem gegrillten Fisch, dann kann ich ja zur Not mal nachschauen. Wenn ich eben dieses Gericht serviere, habe ich immer die Befürchtung, dass für die anderen Gäste nichts mehr übrig bleibt. Es ist mir ein bisschen peinlich, das so zu geben, aber ich ekel mich ein bisschen vor Insekten. Sie haben alle mindestens sechs Beine. Wozu brauchen die Beine? Reichen da nicht zwei? Naja, gut, vier könnte ich jetzt noch verstehen. Ich will damit nur sagen, dass das auf keinen Fall... Was? Dass das auf... Achso, auf jeden Fall nichts Gutes bedeuten kann. Ja. Ihr wisst ja, Schlafmangel und so. Also mein unfreiwilliges Experiment hat gezeigt, dass es nicht gut ist mit dem Schlafmangel. So, noch sind nicht alle... Moment, Moment, Moment. Wer läuft denn jetzt gerade hier raus? Taylor? Habe ich dich eben übersehen? Und wieso sehe ich dich nicht in der Übersicht? Da, jetzt... Hä? Hallo, ich habe doch gerade mit dir gesprochen. Wieso konntest du mir das dann da nicht sagen? Hey, anscheinend bist du wieder hier, um bei mir auf den Geschmack zu kommen. Kluge Entscheidung. Zum Glück habe ich immer ein oder zwei Fläschchen Suppe zur Hand. Das Gericht der Woche ist meine weltberühmte Gemüsesuppe. Sie ist schon seit acht Wochen am Stück das Tagesgericht des Hauses. Und das liegt nicht nur daran, dass es eines der wenigen Dinge ist, die ich zubereiten kann. Ah. Hier, warum probierst du es nicht mal? Geh aufs Haus. Und? Was denkst du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja nichts probiert. Aber ich sage mal, einfach köstlich. Ja, wirklich? Das ist eine Erleichterung. Manche finden meinen Ansatz, Salat als einziges Gemüse in der Suppe zu verwenden, ein bisschen umstritten. Okay. Aber ich bin froh, dass sich das alte Sprichwort am Ende bewahrheitet hat. Mit heißem, durchweichten Salat kannst du nichts falsch machen. Äh, ja. Trotzdem habe ich einige Beschwerden von unseren Stammgästen bekommen. Sie haben mich angefleht, etwas buchstäblich alles anders zu machen. Aber ich weiß es nicht. Äh, keine anderen Rezepte sind mir wirklich aufgefallen. Und Saleri lässt mich seit dem Bujabes-Zwischenfall nicht mehr in die Bibliothek. Ähm. Will ich wissen, worum es da geht? Hey, meinst du, du könntest sie fragen, ob sie irgendwelche Kochbücher hat? Vielleicht bekomme ich ein paar neue Inspirationen. Klar, fragen kann ich die. Aber ich glaube nicht, dass die die rausrückt. Ne, die ist ja so... Mal schauen. Ähm. Ich gucke mal automatisch nach oben rechts wegen der Minimap, aber wir haben ja keine. Hi. Psst. Sei leise. Das ist eine Bibliothek und keine Tanzveranstaltung. Ich bin auf der Suche nach Rezepten. Ralf hat dich dazu angestiftet, nicht wahr? Äh. Dieser Junge tut alles, um sich aus seiner Strafe herauszuwinden. Ich habe die Flecken immer noch nicht aus der Decke bekommen. Ähm. Nur du kannst Kilima vor der Bedrohung durch den Salat retten. Genau. Dann hätte Kilima vielleicht keinen Zimmermann als Koch anheuern sollen. Oh. Oh, sehr gut. Du kannst eine nehmen und nur eine. Du findest sie im Regal. Und wenn mir auch nur eine einzige Seite mit Tomatenflecken zugegeben wird, bedeutet das lebenslange Sperre. Für euch beide. Okay. Wenn du nach Neuveröffentlichungen suchst, bist du hier falsch am Platz. Diese Bibliothek widmet sich Werken, die die Zeiten überdauert haben. So. Ganz hinten im Regal. Ah, da. Das ist der Kochbuch. Sehr schön. Die Frage ist, wo ist er jetzt? Ist er schon komplett abgehauen? Nee, nicht der. So. In die Richtung. Nicht abhauen. Ach nee, der ist am Schlafen. Ich wollte gerade noch sagen, nicht abhauen, nicht schlafen gehen. Das ist... Das ist sein Haus. Mist. Der ist auch am Schlafen. Ich glaube nämlich, er konnte mir die Samen verkaufen. Er hat mir zumindest die Samen gegeben, deswegen... Warte mal, das ist aber nicht... Das ist Badru. Wieso habe ich neben Zeki Samen aufgeschrieben? Ich verstehe es nicht. Ich schreibe mal in Klammern Badru, damit ich später noch weiß, wer das gewesen ist. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wir haben 10 Uhr abends und alle sind so schon am Schlafen. Hör doch keiner mehr rum, der wach ist. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dass ich dann noch ein bisschen angle oder so, bis dann die Nacht rum ist. Und ja, dass wir uns dann am nächsten Morgen wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.